Willkommen bei Dishonored 2. Hm. Aber was soll's? Ah, es ist da hinten etwa noch jemand. Ach du meine Güte. Hier ist ja richtig Party. Sollten wir vielleicht die Türe wieder schließen und verschwinden, ne? Da. Hä. Habe ich mich hier neben all den Hexen ausgeruht. Oh, 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 oh. Wow. Wow, wow, wow. Rüste das Herz aus. Ja, da unten ist diese coole Rune, ja. Ach, hier vorne ist eins. Hm. Das wollen wir doch direkt mal markieren. Habe ich das etwa in diesem einen Raum übersehen? Kann gut sein, ne? Ihr dürft ja noch dieser... Ach so. Das ist der Raum hier mit dem Schrank davor. Tja, das wird's wohl so nicht bringen. Ist natürlich die Frage, komme ich da überhaupt rein? Würde ich hier reinkommen? Es gibt keine Rückseite. Kein Lüftungsloch. Dann lasse ich das da, wo es ist. Ich muss da unten in diesen Raum. Bevor der sich noch mehr entfernt. Das ist immer gut. Lass dir mal Zeit. Magnetspulending. 26 Meter. Und hier gibt's keine Zwischenetage oder sonst irgendwas. Lüften wir hier mal auf den Schrank. Der ist da hinten. Ui, das war knapp. Das nächste Mal wohl lieber spähen, ne? Wir sind wieder aufgeladen. Das hört sich eigentlich nach Blutfliegen an, aber war diese Lampe. Okay. Sicherheitsraum. Irgendwas ist da hier im Hagen. Die Luft scheint fast so etwas wie rein zu sein. Und das ist hier sehr seltsam. Ah ja, uns fehlt hier also eigentlich nur noch die dritte Befüllung. Eins, zwei, drei. Und dann hätten wir das. Holen wir uns aber eben erstmal die Sachen, die wir gebrauchen können. Schade. Können wir nicht mehr. Ha, Kabelwerkzeug auch nicht mehr. Haben wir keinen Platz mehr für. Sehr unfair. Das ist aber auch so stimmungsvoll gemacht. Ich werd wahnsinnig. Okay. Eigentlich nichts mehr zu holen. Wenn der Strom da ist, kann ich mit dem Aufzug zum Thronsaal fahren. Ein Summen, das Summen. Ein Summen, das Summen. Wow. Das ist jetzt nicht so toll. Ein Rummen der Maschinen. Die Öl von den Riefen. Oh, ganz schlecht. Die war doch nur eine dritte. Okay. Oder sah das nur so aus, weil die sich hier durch die Gegend teleportiert haben? Oh, wow, wow, wow. Okay. Ihr seid wenigstens schon aus dem Weg geräumt. Jetzt muss ich natürlich gut aufpassen. Hier oben hängt ja noch so ein Meccano rum. Der sieht mich immer von hinten und von vorne, nur von der Seite, nicht? Gut. Wo sollen wir hin zum Aufzug? Okay. Ich habe immer Angst, wenn ich über so eine Kante teleportiere. Dann bleibe ich da manchmal dran hängen. Und dann ist es mir lieber, ich gucke da nochmal sechs nach. Ach so, ja toll. Da bin ich natürlich jetzt sehr weit gekommen. Das war sehr zielführend. Ich glaube, ich muss komplett wieder zurück. Oder können wir uns natürlich auch mal hier umschauen. Auf der anderen Seite testen wir mal eben. Ja, hier sind die beiden. Da drin scheint niemand zu sein. Es gibt aber genug Kram. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen fitter werden. Mal schnell alles essen, was es hier so gibt. Dann schauen wir mal, ob es hier nicht irgendeinen Schleichweg gibt, den wir hier eventuell nutzen können. Und der Klang, wenn sie auf den Boden fallen. So zart und so fein. Die Alten, die wir vom Dach gestoßen haben, hat mehr an diesem Geschirr als an ihren verfaulten Knochen gelegen. Sie baten uns nichts mehr zu zerbrechen. Oh, bitte nicht das. Das ist Juhon, das Juhon-Juhon-Halt. Also ich käme hier rein. Nein, nein, das gehörte Kaiser Juhon-Jakob-Colben. Das war ein Hochzeitsgeschenk. Käme ich denn hier irgendwo hoch? Je älter es ist, desto lieber zerbreche ich es. Pff. Ja, warum eigentlich, frage ich mich. Noch ein Geheimnis. Gut, also wir haben dieses Zeitding, haben wir nicht mehr. Wir hätten Schattenmöglichkeit. Wir könnten gucken, wo sie, wo sie was machen. Das ist doch eigentlich sowas wie ein Aufzug hier. Aha. Das ist wie ein Speiseaufzug. Ja, halte mal schön die Augen offen. So. Augen offen. Meine Güte, ich bin so nervös. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. 36 Meter, 49 Meter bis zu diesem Aufzug. Überall diese Hexen und Mecanos und... Ich mag dieses kalte Licht nicht. Nicht von den T... So. Eine Karotte. Karotte ist immer gut. Ach, so eine Karotte. Tu mal lieber die Möhrchen. Ich glaube, das war eine verdorbene Feige. Also erstmal spähen. Das haben wir ja jetzt gelernt, weil dieser... Die Gänge hier, die sind alle so voll. Aha. Okay. Es scheint mir fast so... Als wären wir hier... An einer Tür, die ich vorher nicht aufbekommen habe. Gut, dass sie das Schlüsselloch freigelassen haben. Hihi. Hm. Ich höre jetzt zwar irgendwas laufen, aber... Bin mir nicht sicher, ob hier wirklich was in der Nähe ist. Gut. Die wäre schon mal futsch. Ich habe hier tausendmal gesagt, dass man erst lernen muss, die Worte richtig auszusprechen. Sonst funktioniert der ganze Zauber nicht. Ganz egal, wie viele... Jemand verbrennt wieder Walöl. Seltsam, wer sollte den... Worte, dass sie die Stirn und die Teeblätter. So. Boah. Boah. Meine Güte, mein Herz klopft, ne? Das ist unglaublich. So, da hängen die drei. Da drüben dürfte aber noch jemand sein. Ich werde mal versuchen, so vorsichtig wie möglich hier wegzukommen. Aber ich denke, ich muss da über die Brüstung und... Alles andere werden wir dann schon sehen. Schade, ich komme da nicht sofort hin. Da ist jemand. Aber sonst scheint es hier eigentlich recht ruhig zu sein. Da geht eine hoch. Die könnten wir uns eigentlich noch holen. Das ist jetzt ganz schlecht. Boah. So ein Hexenpfiff ist auch nicht gerade cool. Boah. So, da wuselt noch eine rum. Wo, 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 wo. So, damit museln die hier auch nicht mehr rum. Was? Was? Ah. Oder von da nach hier. Nein, warum? Ich finde dich schon. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Such mich doch, such mich doch. Da unten ist sie. Komme ich natürlich nicht hin. Oh, die hat es auch nicht eilig, ne? Gut. Versuchen wir mal, an ihr vorbeizukommen. So. So. Zehn Meter. Ich muss hundertprozentig hier runter. Ohne Ecke rum. Wo gehst du jetzt hin? Ah, hier runter. So, ich muss durch die Tür. Hundertprozentig. Ist mir jetzt auch egal, ob hier jemand rumwuselt. Es ist nicht zu fassen. Es ist echt nicht zu fassen. Was? Wie? Aufzug 35 Meter in die Richtung. Leute. Wie kannst du das nicht mit mir machen? Ich bin nervlich eh schon am Ende. Dann kommt ihr mir hier mit so einem Mist. Achso. Dann hätte ich ja eigentlich eben einfach mal so hier runterhüpfen können. Dann wäre ich hier schon mal gewesen. Gewesen. Man hätte mir so ein bisschen was erspart. Und auch den armen Hexen. Da hätte ich nicht so viele Hexen töten müssen. Okay. Hier bin ich noch nie gewesen, glaube ich. Doch. Hier war ich doch gerade eben erst schon. Ach, was ich hier wieder für ein Mist baue. Wie soll ich denn jetzt zum Aufzug kommen, Mensch? Außerdem war hier doch eben noch ein Hexen. Ach, hier ist schon wieder der Leila. Kann ich wieder mit der Quatschen? Tatsache. Ups. Ich dachte, wenigstens Sie würden es verstehen. Diese Nächte als Mädchen im Houndpitz-Pub. Haben Sie überhaupt nicht von der Krone geträumt? Sie wurde mir zuerst gestohlen. Noch bevor Sie auf die Welt kamen. Die Welt ist voller Leid. Doch ich wurde unter einem besonderen Stern geboren. Ich habe weit mehr Glück als die meisten, Delilah. Nichts davon entschuldigt ihre Zerstörungen. Die... Naja. Aber deine Blindheit gegenüber der Dinge, die in deinem Königreich abgelaufen sind, die sind auch nicht zu rechtfertigen, würde ich mal so eben behaupten. behaupten. Ja. Dann würde ich mal diese Tür dort probieren. Und da sind wir auch schon beim Aufzug. Wow. Meine Güte. Ja, dann... Oh, ich bin mir sowas... Die hat hier... Ah. So, und jetzt sofort den Schädel... Da ist er. Ah, ah, ah. Den Schädel kaputt machen, sonst haben wir hier ein arges Problem. Thronraum, Rezeption, Library. Ja, dann fahren wir direkt in den Thronraum. Ach so. Diesmal ist leider das Dach nicht offen. Und irgendwie... ...sieht das hier gar nicht danach aus. Ah, Dach des Towers, okay. Ja, dann gehen wir zum Dach des Towers. Wow. Gerade bei der Zwischensequenz habe ich gelesen, dass sich die Hexen... Sie werden mich zurückbringen und durch meine Hände sterben. Sicher, sicher. Ähm. Dass sich die Hexen... Was ist das? Ist ja auch egal, dass die Hexen sich frei durch Blutfliegen bewegen können. Das ist schon ziemlich heftig. Ist das Delilah? Was haben wir da oben? Auch sehr interessant. Dass da überhaupt Delilah ist. Und warum komme ich hier nicht durch? Ach, ich war zu dick. Okay. Komm, wir gehen mal ganz freundlich und friedlich an sich an. Was hat Delilah mit meinem Thron gemacht? Darauf habe ich gewartet. Hier in meinem Tower. Jetzt beende ich mein großes Bild. Ich erschaffe die Welt, wie sie sein sollte. Und für sie ist darin kein Platz. Lang lebe, Delilah Caldwin die Erste. Die Erde ist nicht leer. Aber wie sie sagt, Wo sie nicht immer tun. Ich habe mich Ecenagehen, Dieses Schwert haben sie einige aufgeschließt. Meinen sie, das bedeutet was? Sie sterben hier. One Wall Tower noch vor dem nächsten Morgen. Hahaha. Boah, was macht ihr denn noch? Sicher? Ich muss mal schauen, ob ich dich nicht mehr so verarschen kann. So, aber mit dem Schwert kann ich ja nichts tun. Ja, ja, das ist ja wohl wahr. Kann ich ihr nicht das Herz heben? Warum nicht? Müsste ich irgendwie hinter sie rankommen? Kann ich die von der Wische? Was wusste leider? Hm. Ich kann ihm aber auch das Herz irgendwie nicht geben. Das ist schon etwas seltsam. Ich wüsste im Moment mal nicht genau, was ich machen muss. Irgendetwas werde ich ja wohl vernichten müssen. Das Bild wird es nicht sein. Das ist cool mit dem Abwehr, wie so ein Jedi. Komm, greif an. Das geht einfach. Ah. Ja, werden wir. Okay, da werde ich wohl reinlassen. Das ist also die Welt, von der sie träumt. Wie sie sein sollte. Wie sie sein sollte. Ähm, wie viele Delilahs wieder gehen. Boah. Das waren wir jetzt. Das waren wir jetzt. Wie viele Delilahs waren denn da jetzt? Was könnte ich machen? Da ist Daddy. Das ist also die Welt, von der sie träumt. Mal schauen, ob die uns überhaupt bemerkt. Also ich habe jetzt nur so die Idee, dass wir uns vielleicht ranschleichen könnten. Aber hier oben geht es ja auch irgendwo hin. Ich denke, wir müssen irgendwas vernichten. Wir sind ja hier sowieso im Nichts. Okay, das schien die Daterierung zu sein. Oh, ich meine Liebe nicht jetzt reden kann. Zu erst glaube ich das so. Wow. Hey, Freunde. Noch ein paar mehr? Ich mein, wer hat hier noch keinen Fahrschein? So. Ah ja. Gut, tu das. Ich werde jetzt erstmal eine Runde laufen. Weil Laufen ist gesund. Mal tief durchatmen. Und überlegen, welche Taktik könnte ich denn hier überhaupt noch anwenden. Ich meine, die meisten scheinen ich ja getötet zu haben. Ey, wie viele gibt es von euch hier? Und dann immer dieser Hexenschrei. Wie viele muss ich von euch töten? Oh, 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 oh. Ui, 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 ui. Ui, ich denke, da werde ich noch ein paar Versuche brauchen. He, he, he. Gut, dann beginnen wir. Ich bin mir auch gar nicht sicher, welche Taktik ich hier am besten verwenden sollte. Und ich schaue mir nochmal kurz an, ob es hier eventuell irgendwo noch ein Lebenselixier gibt. Weil die sind ja dann doch recht schnell aufgebraucht. Na ja, gut. Ich weiß nicht, ob Pistolen was bringen. Schlafbolzen, Lackbolzen, Heulbolzen, Stechenderbolzen. Granaten. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es einfach mal probieren. Das ist also die Welt, von der sie träumt. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Ich bin mir nicht wehren. Aber die Schüsse kann ich abwehren. Ihre Schläge kann ich abwehren. Mit so einem Konter kommt man eigentlich recht gut voran. Da habe ich jetzt nicht überlegt. Das war schlecht. Das sind immer nur Delilahs Abbilder. Sollte ich vielleicht das Gemälde einfach verbrennen? Ich habe auch nur noch zwei Pistolenkugeln. Ein paar Armbrustbolzen mehr, aber ich denke, dass die nicht so viel helfen. Ja, weiß ich ja selber. Ich frage mich immer, wo holt die denn ihre Abbilder her, weil das wäre jetzt schon zweimal gewesen, wäre jetzt schon zweimal gewesen, dass die ihre Abbilder auftauchen lässt. Und wie gesagt, vielleicht muss ich hier ja irgendwo irgendwas finden, was ich vernichten muss. Wo ist sie hin? Wo sind sie? Nur keine Angst. Ich zerstöre Delilahs Replie. Ganz toll. Ganz toll. Ich habe mir ganz schön Angst geklärt. Oh, wow, 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 wow. Mist. Boah. Och, nee. Nicht schon wieder. Okay, ich würde sagen, ein letztes Mal probiere ich es in dieser Folge und ansonsten machen wir dann mit der letzten Folge die letzten Ergebnisse. So, wir halten uns auf und dann können wir die ja eigentlich recht gut verarschen, ne? Wir haben vier Granaten. Die stehen hier irgendwo rum, diese Repliken. Ich müsste also eigentlich nur hier was finden. Müsste ich die also eigentlich... Ah, das war ein cooler. Oh, nein. Okay, ihr Lieben, ich krieg's im Moment nicht so ganz hin und ich bin auch schon ganz schön durch. Seid mir nicht böse, aber die nächste Folge, die wird dann nur noch mit diesem blöden Endkampf bestritten. Ja, bis dahin, gehabt euch wohl, euer Loser John, die Fool und tschüss. Ja, bis jetzt. Vielen Dank.